Der Wochenrückblick Nummer 143 vom Motorrad-Online.de und es ist Herbst, es ist Neuheitenzeit und vor allem es ist Eikmannzeit und die sponsern diesen Wochenrückblick diese Woche für euch. Und letzte Woche hatten wir ja ganz kurz einen Kommentar, dass wir da ein falsches Bild über eine Kawasaki drin hatten. Ja, das stimmt, das war die Versus, obwohl ich über die Ninja 1100 SX gefaselt habe. Und mittlerweile hat Kawasaki eben beide Modelle, beide neue 1100 da schon vorgestellt und deswegen kann ich jetzt entspannt über beide Phasen. Also, es gibt eine neue Versus 1100 und es gibt eine neue Ninja 1100 SX von Kawasaki für das Modelljahr 2025. Unterschiede sind im Prinzip technischer Natur. Der Motor wird nicht aufgebohrt, sondern so gesehen aufgehubt von 1042 Kubik auf 1099. Das geschieht über eine Kurbelwelle mit 3 mm mehr Hub und das verändert dann auch das Drehmomentgefüge bei beiden Modellen deutlich. Nämlich, es wird mehr Drehmoment erzeugt bei weniger Drehzahlen. Versus-Fahrer können sich dann quasi freuen über einen Leistungsfluss von 15 PS, denn diese 135 PS sind dann jetzt auch amtlich bestätigt. Von 120 auf 135 steigt die Spitzenleistung der Versus 1100. Fahrer einer Ninja 1100 SX müssen sich mit nur noch 136 PS statt 142 zufrieden geben. Aber auch hier gilt, in der Ninja Abstimmung hat der Motor mehr Drehmoment bei niedrigeren Drehzahlen. Und auch die Spitzenleistung von so gesehen nur noch 136 PS liegt gute 1000 Umdrehungen früher an. Also das Ganze ist sehr auf Fahrbarkeit getrimmt und sehen wir doch mal ganz ehrlich, wer hat denn zuletzt seinen Motor mal bis in die Spitzenleistung in den roten Bereich reingeprügelt. Das werden die wenigsten auf der Landstraße gemacht haben. Und wie schon erwartet gibt es ja von der Ninja 1100 SX dann auch eine SE-Version, allerdings nicht so SE, wie ich es mir gewünscht hätte, nämlich sie hat kein semiaktives Fahrwerk. Und auch bei beiden Modellen bleibt der 190 50er 17 Reifen hinten bestehen. Die SE wird zur SE durch ein Federbein von Öhlins aus der S46er Reihe, also 46 mm Dämpferdurchmesser, voll einstellbar mit hydraulischer Federvorspannungseinstellung. Und vorne an der Gabel sind M432 Stopper von Brembo verbaut. Und auch schon wie letztes Jahr von der Versys 1100 gibt es auch eine SE-Version, dann allerdings so in meiner Welt die richtige SE-Version, nämlich mit dem Showa Skyhook Fahrwerk. Und beiden SE-Versionen ist gemein noch ein bisschen bessere Ausstattung. Preise für 2025 sind auch schon bekannt, ich spiege kurz ab. Die Ninja 1000 SX ist dann ab 14.895 zu haben. Die SE-Version mit eben etwas mehr Fahrwerk, etwas mehr Bremsung, etwas mehr Ausstattung. 16.645 Euro in Deutschland. Die Versys 1100 ist ein bisschen günstiger vom Einstiegspreis her. 13.445 und die SE-Version in ihrer Maximalkonfiguration dann für 17.345 Euro zu haben. Bleiben wir mal kurz in Japan bei sportlichen Motorrädern. In dem Fall sogar wahrscheinlich super sportlichen Motorrädern, denn Yamaha YZF-R9, das geistert ja schon seit fast zweieinhalb Jahren irgendwie durchs Netz. Und Yamaha scheint da jetzt so einen Knopf dran zu machen, denn für den 9. Oktober, diese Zahl ist da vielleicht ein bisschen prophetisch, hat Yamaha ein neues Motorrad geteasert, ohne wirklich zu zeigen, was es ist. Es ist auf jeden Fall ein super Sportler. Und ja, eben mit dieser 9 im Fokus, auch in diesem Teaser-Video, ihr werdet es ja gleich sehen, das weist schon sehr auf die YZF-R9 hin. Weil es war schon Anfang des Jahres relativ klar, dass die wohl irgendwann kommen wird, denn wir haben dann schon so aus den Fahrerlagern, aus den Wintertests von letztem Jahr aus der Supersport, wo ja noch die aktuelle R6 eingesetzt wird, schon so gehört, dass ab 2025 die nicht mehr zur Verfügung steht. Und dementsprechend muss es da ja ein neues Motorrad geben. Und da die 1000er zu groß ist und ja eigentlich auch nur noch für die World Superbike im Einsatz ist, braucht es ja dann für die Supersport-Nachfolger. Und da passt dann eben der Dreizylinder mit 890 Kubik. Und ich glaube, wie gesagt, das, was Yamaha da am 9. Oktober vorstellt, ist die neue Yamaha YZF-R9. Ich bin sehr gespannt, denn ich hoffe, dass sie da tatsächlich ein bisschen mehr machen, als einfach nur eine MT-09 SP nehmen und da eine Verkleidung ran. Ich hoffe, ein bisschen was am Chassis gemacht zu haben, um das Ding noch ein bisschen mehr Vorderradbezug zu bekommen. Ich hoffe im Allgemeinen, dass das Fahrwerk dann doch nochmal ein bisschen anders aufgebaut ist. Und vielleicht, weil wir müssen natürlich auch über eine Leistungssteigerung reden, vielleicht hat dieser Motor ja dann zumindest ein bisschen mehr Leistung. Auf der anderen Seite für ein Motorrad, was ja dann doch hauptsächlich auf der Landstraße eingesetzt wird, ist der aktuelle CP3 ja immer noch im Grunde mit eines der Maße der Dinge in Sachen Motorrad bzw. Motoren auf der Landstraße. Wir schwenken dann aber ganz kurz von Japan nach Italien, denn da gab es Erlkönig-Bilde einer neuen Reise-Enduro, einer Multistrada, offensichtlich mit Zweizylindern. Aber das ist nicht der bekannte 937er Testastretta-Motor, sondern etwas Neues. Und das ergibt Sinn, denn im Juli hat Ducati ja schon gesagt, okay, diese aktuelle Panigale V2 wird es jetzt erstmal so wohl nicht mehr geben, weil da wird ein neuer Motor kommen. Nicht verwirren lassen, in der Panigale V2, da reden wir über den Superquadro-Motor, seit 2011 im Einsatz, aktuell 950 Kubik, 155 PS. Der Testastretta-Motor, der eigentlich gerade in so Monster, Supersport, Multistrada und in der Desert X drin ist, der hat 937 Kubik und so 111 bis 113 PS je nach Abstimmung. Und dieser Motor, der in diesem Multistrada Erlkönig drin ist, der ist optisch so ein bisschen aufgebaut wie der Superquadro-Motor. Der wird es allerdings nicht sein, weil der natürlich viel zu spitz ist und viel zu hoch drehen muss, um Leistung zu generieren. Deswegen denke ich, das ist genau was in der Mitte und da gab es in den USA auch schon mal Hinweise drauf, denn da wurde ein Motor, nicht homologiert, aber zumindest schon mal vorangemeldet bei der NHTSA, also der amerikanischen Verkehrssicherheitsbehörde. Die müssen solche Sachen ja registrieren und da heißt dieser Motor Projekt 2102. Das kann natürlich jetzt viel heißen. Bei Ducati wäre es natürlich schön, wenn die zwei für Zweizylinder stünde, das scheint gegeben, 102 kann viel sein. Bohrung ist es nicht, weil das ist, glaube ich, ein bisschen zu groß gebohrt. Vielleicht ist es die maximale KW-Zahl, 102 KW, das wären umgerechnet 138 PS und das wäre auch im Prinzip genau die Mitte zwischen diesen 113 und diesen 150, also zwischen Testastretta und Superquadro. Und ich glaube, es wird ein Motor kommen, der entsprechend abgestimmt werden kann auf die Bedürfnisse der unterschiedlichen Segmente. Jetzt ist es natürlich bei Ducati immer eine Sache, kommt er mit Desmo oder kommt er nicht? Denn beim Gran Turismo V4 in der Multistrada haben sie ja auf die Desmodromic verzichtet, weil man braucht sie technisch jetzt nicht unbedingt mehr heutzutage. Die normalen Ventiltriebe können Drehzahl, allerdings im Supersportbereich oder im Superbikebereich gerne genommen, weil einfach leichte Vorteile von den Reibungsverlusten her. Und da kann es natürlich sein, dass jetzt in so einer Multistrada oder eben der ZX oder wo auch dieser Motor dann irgendwann mal eingesetzt wird, da eine konventionelle Ventilsteuerung mit Federn und ganz normalen Mechaniken, wie wir so kennen. Und dann wäre es natürlich logisch und auch denkbar, dass sie dann das letzte Quäntchen Leistung und Drehfreude dann noch für die Einsätze in der Panigale V2 und dann natürlich in der Streetfighter V2 dann mit einer Desmodromic bringen. Als Premium-Modelle wäre das natürlich angebracht. Ich bin sehr gespannt, weil da tut sich dann doch recht viel bei Ducati und unterm Strich. Hier sehen wir, ich bin sehr sicher, einen neuen V2 von Ducati in einem R-König. Bin gespannt. Harley-Davidson-Fahrer, aufgepasst! Es betrifft 41.637 von euch, beziehungsweise die Motorräder der Modelle Streetglide, Roadglide, CVO Streetglide, CVO Roadglide und CVO Roadglide ST des Modelljahres 2024. Also gefühlt alle, die Harley-Davidson bis dahin von diesen Modellen hergestellt hat. Da kann es nämlich sein, dass ein ungünstig verlegtes Kabel des Gleichrichters am Motorgehäuse mit der Zeit reibt und dann irgendwann blank ist. Da fließt dann Strom auf Masse, dann gibt es einen Kurzschluss und in dem Fall würde dann direkt die Hauptsicherung rausfliegen, der Harley. Und dann wäre das Ding auszappetuscht, egal wo du stehst und da kannst du nichts mehr machen. Da gibt es also einen Rückruf. Wie gesagt, über 40.000 betrifft es. Die NHTSA, also die amerikanische Verkehrssicherheitsbehörde, denkt, es sind so um die 1% davon betroffen. Und die bekommen dann quasi ein Replacement-Kit, eben genau für diesen Kabelstrang. Das ist eine neue Halterung, um das einfach vom Motorgehäuse abzumachen. Und sollte im Zuge dieses Rückrufes dann festgestellt werden, dass das Kabel schon einen Schaden hat, dann wird auch gleich noch dieser Teil des Kabelbaums ausgetauscht. Aktuell ist dieser Rückruf nur in den USA aktiv, also die 1-HD-Modelle. Die Exportmodelle 5-HD beginnen die Fin, sind davon bisher noch nicht betroffen. Aber da ja genau diese Grand American Touring-Modelle von Harley-Davidson derzeit, ich bin mir sehr sicher, nur in den USA hergestellt werden, dürfte das wirklich weltweit die Produktion betreffen. Und da könnte es sein, dass dann auch die deutschen Fahrer, Genießer genannten Modelle, einen Rückruf ins Haus bekommen von Harley-Davidson oder vom KBA, je nachdem. Und das war auch schon wieder der EICMA-Wochenrückblick von Motorrad-Online.de. Und wenn ihr es euch aussuchen könntet, Yamaha R1 oder Yamaha R9, was wäre eure? Ich bin sehr gespannt. Au revoir und ciao. Bis zum nächsten Mal.